Was kann ich für Sie tun? Ich kann mich schlecht konzentrieren. Kriegen Sie denn genug Schlaf? Die Drinks gehen auf Milch für alle auf dieser Seite. Wie viel ist denn genug? So sechs, acht Stunden? Oh, viel mehr sogar. Ich hatte eine Freundin und der haben Sie was verschrieben. Ähm, Adderall? Und jetzt ist sie richtig auf Zack. Wissen Sie, manche Menschen sollen Adderall ja als Partydroge missbrauchen. Machen wir sie wieder gesund. Ich will, dass Sie abnehmen. 20 bis 25 Kilo. So viel wiegt ein Siberian Husky. Sie wollen wirklich, dass ich so viel abnehme, wie ein großer Hund wiegt? Ich hab das Gefühl, dass alle ihr Leben auf die Reihe kriegen. Nur ich häng durch. Halt, okay. Halt, bitte. Lasst doch eure Sachen nicht im Flur liegen. Das wäre das dritte Mal diesen Monat. Veränderung ist möglich. Bewerb mich andauernd, aber am Ende bekomm ich die Stelle dann einfach nicht. Ich hätte gern, dass Sie mir die altersgerechte Wiederbelebung an dieser Puppe demonstrieren. Oh, tut mir leid, das Kind ist tot. Ich bräuchte ein kleines bisschen Hilfe. Wir haben verschiedene Mitgliedsoptionen für noch 129 Dollar pro Monat. Ihnen ist schon klar, dass man auch einfach vor die Tür gehen kostet gar nichts. Ein Block. Ich mach heute laufen. Warum machst du denn sowas? Da ist jemand hinter dir her oder so? Du schaffst das. Ich weiß, ich mach ja. Entschuldige, ich sprich mit mir selbst. Meine Schwester? Sie hat eine Firma. Haussitter und ein Tier-Sitter. Ich bleibe, alles klar. Mieser Musikgeschmack. Bist du die Neue? Ich bin Jern, der Mann für die Nacht. 50.000 Läufer aus der ganzen Welt sind am Start. Ich will den New York City Marathon laufen. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Oh, das ist ein schlechtes Omen. Halt! Bis. Oh Gott. Vielen Dank. Ich bin sowas wie ein Profilexperte. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Also komm, so übel ist das nicht. Dann schreib ich, was in meinem steht, okay? Weißt du, wie mein Herpes schreibt? Mein ganzes Leben lang hat man mir gesagt, ich wäre faul, weil ich so ausgesehen habe. Seth, ich wollte mein Leben umkrempeln. Das wird schon wieder werden. Die Leute haben mir die Tür aufgehalten. Ich halte dir auch die Tür auf. Du wolltest dein Leben ändern, laufen, aber es ging niemals um dein Gewicht. Bitte warten Sie! Du wolltest Verantwortung für dich selbst übernehmen. Wir laufen rückwärts.